Hallo, hallo, hallo. Es ist mal wieder Zeit für Sport. Hier bei meinem Sportvlog dokumentiere ich alles. Dass ich Sport gemacht habe, auch für mich total gut, total wichtig, dass ich überhaupt Sport mache, dieser Sportvlog. Deswegen mache ich ja den Käse. Hat das Sinn gemacht, der Satz? Ist egal. Auf jeden Fall, nach dem Intro könnt ihr sehen, was ich hier in meinem Sportkeller alles treibe. Also, bis gleich. Puh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war mein heutiger Sportvlog Nochmal am Ende Schnelle Hände am Boxsack Das war gut, jetzt kann ich in die Wanne gehen Darauf freue ich mich für die ganze Zeit Nochmal Badewanne, wie geil Ja, also macht's nach, runter vom Sofa, Sport machen und macht irgendwas, Boxen, Laufen, Workout, Radfahren kann man gut, Walking geht auch, sieht zwar am Anfang bescheuert aus, aber geht auch, also macht was, cheerio mit Sophie, bis zum nächsten Sportvlog Das war mein heutiger Sportvlog Das war mein heutiger Sportvlog Untertitelung des ZDF, 2020